Der Unterschied zwischen beschnittenen und unbeschnittenen Penissen. Liebe Mütter, muss ich an erster Stelle sagen, bitte bringt euren Söhnen bei, dass, wenn sie eine Vorhaut haben, sie diese und das darunterliegende Gewebe immer ordentlich reinigen. Der Unterschied ist offensichtlich, der eine Penis, nämlich der Unbeschnittene, hat eine Vorhaut, der Beschnittene hat keine mehr. Das kann aus vielerlei Gründen passiert sein. Entweder hatte der Herr eine Phimose, also eine starke Vorhautverengung, oder aber aus religiösen Gründen. Es gibt aber auch Väter, wie zum Beispiel mein Zahnarztfreund, der hat seinen Sohn beschneiden lassen, weil er es hygienischer findet. Tatsächlich gibt es Studien, dass kleine Jungs, die so, bevor sie elf werden, beschnitten worden sind, später ein geringeres HIV-Infektionsrisiko haben. Ist natürlich im Grunde Banane, weil ihr wisst, Kondome müssen immer sein, bis alles abgeklärt ist. Dieses geringere Infektionsrisiko liegt daran, dass die Haut so ein bisschen abstumpft, dadurch, dass sie dann quasi, also die Eichel frei liegt, mehr oder minder. Und am infektionsgefährdesten ist offenbar die Zone unterhalb der Eichel, die aber auch bei beschnittenen Jungs etwas widerstandsfähiger ist und weniger durchlässig. Es soll aber auch Frauen geben, die sich an beschnittenen Penissen schon eine Sehnenscheidenentzündung geholt haben. Tatsächlich sind beschnittene Penisse gelegentlich etwas weniger empfindsam. Das ist schwierig, wenn man vorher nur Unbeschnittene gekannt hat. Ist auch von Mann zu Mann verschieden. Es heißt, im Schnitt können beschnittene Männer länger, weil sie einfach nicht so berührungsempfindlich sind. Stimmt aber auch nicht immer. Ist es von Mann zu Mann unterschiedlich. Wahr ist, der beschnittene Penis ist reinlicher. Wahr ist aber auch, der unbeschnittene Penis ist geschützter. Es ist dann tatsächlich Geschmacksfrage, sollte man in der Position sein, Vorhäute abtrennen zu können oder nicht. Mir persönlich ist es wurscht. Ich weiß, dass amerikanische Frauen sich tierisch anstellen, wenn sie einen deutschen Mann sehen, der unbeschnitten ist und sagen, oh Gott, das ist grauenvoll, was ist dieses Gewächs da. Liebe Damen, es ist eine Vorhaut. Es ist von der Natur so gemacht. Darum finde ich es auch per se überhaupt nicht schlimm. Die verschwindet ja dann auch irgendwann, wenn man ihn groß zaubert. Unbeschnittene Penisse haben den Vorteil, dass sie sehr viel empfindsamer sind. Ich als Nicht-Penisbesitzerin würde mal ganz frech behaupten, es ist möglicherweise ein größeres Gefühlsspektrum da für den Mann. Was beim Sex ja grundsätzlich eine gute Sache ist. Wichtig finde ich für alle Penisbesitzer, dass sie daran denken, bitte reinigt die Vorhaut und alles, was darunter ist, so oft wie möglich. Natürlich gerne nach dem Toilettengang jedes Mal, wenn ihr zu Hause seid, warum nicht kurz den Pillermann unter den Wasserhahn halten. Also tut es für euch und für uns. Also.